Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrand und in diesem Video schauen wir uns an, welcher denn der beste Welt-ETF ist. Das Ganze habe ich mal für mich persönlich ausgesucht, habe da die verschiedensten Welt-ETFs miteinander verglichen, nach Fondsgröße, nach Kosten, nach Ertrag und so weiter und so fort und habe da persönlich meinen Favoriten rausgesucht und den möchte ich dir auch zeigen, mit Begründung natürlich. Natürlich wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, welcher denn dein Favorit bei den Welt-ETFs ist. Das ganze Video übrigens ist Teil auch meines Aktien-Crash-Kurses, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Mein gesamtes Börsenwissen in über 60 Videos, 6 Stunden Länge plus Steuertipps, die du bei Aktien Geld sparen kannst bei den Steuern, ganz legal und jetzt starten wir auch direkt rein in das Video. So, in diesem Video schauen wir uns an, welcher denn der beste Welt-ETF ist, also welcher ETF am besten die Welt abbildet, dabei günstig ist, gut performt und das sind alles Kriterien, die wir uns anschauen und natürlich sage ich dir auch im Laufe dieses Videos, welcher denn mein Favorit bei den Welt-ETFs ist. Grundsätzlich, worum geht es überhaupt bei diesem Video? Also ein ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abbilden soll, ist im Prinzip eine der beliebtesten Anlageformen für viele Privatanleger. Doch welcher ist der beste Welt-ETF? Das ist die Frage, die sich viele stellen, denn es gibt ganz, ganz viele Anbieter, ganz, ganz verschiedene Kosten, Umfänge und so weiter und deswegen ist dieses Video hier so wichtig. So, warum sind Welt-ETFs überhaupt so beliebt? Da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Punkte an, die da entscheidend sind. Zum einen, nämlich die Weltwirtschaft wächst in der Regel immer durch Innovationen der Gesellschaft, aber eben auch durch Wachstum der Gesellschaft und von daher kann man davon ausgehen, dass das eine relativ solide Anlageform ist. Auf der anderen Seite ist es auch relativ solide, weil du im Prinzip mit einer einzigen Investition die größtmögliche Diversifikation erreichst in mehrere hundert oder tausende Unternehmen und letztendlich auch historisch gesehen ein Welt-ETF meist ertragreicher war als Stockpicking, also Depots mit Einzelaktien, die man eben gezielt dann ja investiert hat oder dann eben auch gekauft und verkauft hat. Grundsätzlich sind auch Welt-ETFs meist eine solide Basis von Depots mit Einzelaktien, also auch hier setzen viele Leute, die auf Einzelaktien setzen, eben auch noch zusätzlich auf einen Welt-ETF als Basis, damit sie eben hier ein gesundes, solides Fundament haben für ihr Depot. Die historische Entwicklung von Welt-ETFs, wir schauen uns mal hier den MSCI World an, ja kann man durchaus auch als positiv sehen. Klar, man sieht auch hier viele Krisen, die so eine Weltwirtschaft mal durchgelebt hat, aber so ein Welt-ETF hat es im Prinzip dann über die Jahre immer wieder geschafft, auch aus solchen Krisen gestärkt hervorzugehen und weiter zu wachsen und das soll dir vielleicht auch einfach mal ein bisschen Mut geben oder auch ein bisschen Hoffnung geben, dass so ein Welt-ETF durchaus Sinn macht bei der Investition und letztendlich langfristig gesehen definitiv die Weltwirtschaft vermutlich, es ist natürlich in der Zukunft nie belegbar mit den historischen Daten, aber dass eben auch hier die Weltwirtschaft in Zukunft weiter wachsen wird. Welcher ist jetzt nun aber der beste Welt-ETF? Wir schauen uns da drei verschiedene Kategorien an, zum einen den Welt-ETF mit der besten Performance, dann schauen wir uns den Welt-ETF an mit den geringsten Kosten und letztendlich zeige ich dir dann als dritten Punkt auch noch den Welt-ETF, der mein persönlicher Favorit ist, also im Prinzip dann das Beste aus allen Welten vereint, um es mal sprichwörtlich dabei zu nennen und dementsprechend lassen wir uns jetzt einfach mal direkt rein starten mit dem Welt-ETF mit der besten Performance. Also, der Welt-ETF mit der besten Performance ist in dem Fall ja der HSBC MSCI World, die Easy-Nummer habe ich dir auch in den Klammern dahinter gestellt, der hat eine wirklich sehr, sehr gute Performance von 49,88% in den letzten drei Jahren hingelegt, du siehst aber auch bei den anderen Welt-ETFs, dass die nicht so weit entfernt sind von diesen 49,88%, letztendlich sind das nur Nuancen, aber es geht eben trotzdem um Nuancen und wenn man schon die Wahl hat, dann sollte man doch auch hier auf die Performance genau achten und dieser Welt-ETF ist im Prinzip hier der, der in den letzten drei Jahren am besten performt hat. Der günstigste Welt-ETF ist der Luxor Core MSCI World, auch hier wieder die Easy in den Klammern, hat eine TER, also eine Kostenrate von 0,12% und es gibt noch einen mit 0,12%, dann geht es weiter mit 0,15%, 0,18% und so weiter, also auch keine Riesensprünge, aber auch hier natürlich wieder die Sache, okay, man muss durchaus auch auf die Kosten achten und wenn man auch hier die Auswahl hat, dann warum nicht einen nehmen, der etwas günstiger ist, als einen, der vielleicht doppelt so teuer ist von den Kosten. Letztendlich muss man aber auf das Gesamtpaket achten und da ist tatsächlich sogar der Top-Performer, also der aus der ersten Kategorie sogar auch mein Favorit, denn er hat nicht nur die Top-Performance abgeliefert, sondern auch mit 0,15% TER, also gar nicht so weit entfernt vom Top-Kosten, ja ETF nämlich mit 0,12%, hat eine starke Fondsgröße von 4,321 Millionen Euro und letztendlich damit eben auch eine gesunde Basis, ein gesundes Volumen, was dahinter steckt, dass er nicht eben einfach irgendwann mal liquidiert wird und ist wie gesagt auch der Top-Performer und letztendlich einfach das Gesamtpaket passt für mich hier eben aus günstigen Kosten, Top-Performance und letztendlich auch breit aufgestellt, du kannst dir den auch gerne mal anschauen, welche Aktien alle mit drin sind, aber der ist gut diversifiziert und ist auch ein Ausschüttender, das heißt, du bekommst deine Dividende, kannst damit zum Beispiel auch deinen Steuerfreibetrag sehr, sehr schön nutzen und letztendlich die Performance ist trotzdem sehr, sehr gut, obwohl ausgeschüttet wird, aber das wie gesagt einfach nur mal meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung, aber schau dir das auch gerne mal im Detail nochmal an. Der empfohlene Anlagezeitraum für so ein Welte-ETF, ja, den muss man ganz klar betiteln mit mindestens 10 bis 15 Jahren, du hast es vorhin gesehen, es gibt durchaus öfters mal Krisen, die müssen durchgestanden werden und das dauert teilweise Monate oder auch Jahre, bis man hier wieder auf dem Einstiegskurs ist, wenn man denn beispielsweise beim All-Time-High investiert hat und dann eine Krise kommt, dann kann das durchaus mal etwas dauern, also von daher bitte hier auch Geduld und Zeit mitbringen und 10 bis 15 Jahre sollten in der Regel machbar sein und drin sein, wenn du in einen Welte-ETF eben investieren möchtest. Letztendlich das Fazit kann man sagen, ein Welte-ETF ist mindestens als Basis für ein Depot zu empfehlen, wenn nicht sogar als Gesamtanlage und letztendlich möchte ich damit einfach zeigen, dass das durchaus eine sinnvolle Investition ist und so ein Welte-ETF durchaus in ein Depot gehört. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu meinem Aktien-Crash-Kurs. Das ist ja quasi ein Teil gewesen aus meinem Aktien-Crash-Kurs, also eines von vielen Videos, von über 60 Videos mit 6 Stunden Länge und wie gesagt auch ganz, ganz viele Videos mit viel Mehrwert und vor allem die Steuerspartipps sind allein schon mehr wert als der gesamte Kurs meiner Meinung nach und von daher, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und du siehst jetzt hier auch mal den kleinen Ausschnitt von einem anderen Video, also wie das Ganze aufgebaut ist, logischerweise genauso auch wie dieses Video hier, es sind alles hochwertige Animationen und ich habe mir da wirklich viel, viel Zeit und Mühe eben genommen, um das Ganze zu erstellen, von daher, wenn du Interesse daran hast, schaust dir gerne an, wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall und ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch extrem freuen über einen Daumen nach oben für dieses Video, auch gerne ein Abo dalassen, wenn noch nicht geschehen und auch gerne deine Meinung, wie gesagt, mit deinem persönlichen MSCI World-Favoriten unten in die Kommentare und ja, ansonsten freue ich mich auf das nächste Video, hoffentlich bist du auch wieder dabei und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, viele schöne Renditen, mach's gut, dein Flo Farrell. Vielen Dank.